Hi, es ist schon wieder so ein Tag, hier ist der Flashback, eine Animation mit MrSturmWafflePack. Es geht, ich schneide noch und ich brauche dafür so ein Ding, hallo, so was man am Anfang macht. Es gibt heute wieder Animationen, drei Stück um genau zu sein, die Animateuren sind alle in der Beschreibung verlinkt. Falls ihr auch animieren könnt, schickt mir das gerne per YouTube-Nachricht, einfach den Link, könnt ihr auch gerne bei euch hochladen, bla 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 bla. Wenn euch Animationen gefallen, lasst ein Like da, die sind sehr cool, also da haben sich wieder Leute echt Mühe gegeben. Und einmal, ja, auch Mühe, aber, die ist schon sehr trashig, aber ich fand die witzig. Daher, ja, lasst es auch noch um da, das ist der kurze Intro-Part, genieß die Animation, nehmt das Leben zu ernst, take die Sturmwaffe, ihr wisst Bescheid, LuckyBlockBattle letzte Folge. Ja, tschüss, ich bin sehr müde, es ist sehr früh. Ich hab euch lieb, das übliche, tschüss. Ich hab nicht. Guck dir deine Stats jetzt an, guck dir deine Stats jetzt an, probier dir deine Stats anzugucken. Oh Gott, aber, weil ich durchs Teleskop geguckt hab, was ist das denn für ein Weg? Wann kommt irgendwann mal eine Frau und sagt, Digga, guck mal durchs Teleskop und dann drehst du dich um. Okay, man kann folgen. Okay, 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 okay. Schwere Konzentrationsübung